Moin zusammen! Unser Kulturfestival in Schleswig-Holstein, das Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, wieder aufzutreten, mussten wir im November leider unterbrechen. Aber jetzt geht es im Dezember wieder weiter und genauso wie wir damit Künstlerinnen und Künstlern und der gesamten Veranstaltungsbranche ein bisschen unter die Arme greifen wollen, bin ich froh darüber, dass jetzt auch die Novemberhilfe genau in diesen Bereichen auch Unterstützung gibt. Ich weiß, dass das nicht alles klären kann und dass es eine enorme Herausforderung für viele ist, aber ich bin froh darüber, dass wir in dieser schweren Zeit ein bisschen Hilfestellung leisten können. Von daher freue ich mich darauf, wir werden das im Dezember ja jetzt ohne Publikum machen können, sondern nur im Streaming, dass möglichst viele, zumindest vom Wohnzimmer aus, das genießen. Nutzen Sie die Chance und unterstützen Sie damit unsere Kultur in Schleswig-Holstein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017